Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier am Nuka-Cola-Werk. Was hat uns noch hierher geführt? Ich weiß es nicht. So, es geht weiter Richtung Charleston. Ui, jetzt weiß ich gerade gar nicht. Geht das? Ist das nicht die Richtung? Richtung Charleston? Ne, das geht zum Nuka-Cola-Werk. Da drüben ist noch eine Straße. Ich glaube, da... ...die können wir nehmen. Jetzt wird aber gegessen. Pfefffleisch, Stampffleisch, Pfefffleisch. Habe nicht was vergessen, Muku. Was? Grünzeug. Ah ja! Und Grünzeug für Muku. Na, da habe ich doch vor ein paar Folgen noch gesagt, der redet zu viel. So findet man ihn wenigstens. Ja, aber hier wird er ja nicht reingegangen sein. Der wird ja auf irgendeiner Straße... ...sein. Da geht doch immer irgendwelche Straßen entlang. Wo ist denn Graham? Habt ihr Graham gesehen? Ich höre ihn hier irgendwie reden, aber ich sehe ihn nicht. Warum leuchtet es hier so stark? Warum leuchtet es hier so stark? Genau, wir wollen nach Charleston und... Wir hören doch auch Muku. Wir Lager haben in Nähe. Erinnern, Muku? Warten. Nein. Du haben Haufen gemacht. Keinen Haufen mit guten Sachen. Egal. Ach, der ist hier drin. Das für das. Das für dies. Komm da raus. Hinter den Hügeln warten Fleisch. Oh, kluge Worte, das sein. Immer träumen. Groß träumen. So was dürfte aber doch eigentlich gar nicht mehr passieren, nach so vielen Jahren. Ist da aber sowas doch schon längst... Ja, tut mir leid, aber... Keine Sorge, Muku. Das... Da kann man ja jetzt echt nur... Wir bald ausruhen. Der wird man also nicht mehr begegnen auf diesem Surfer hier. Der... Schlaumann eins sagen. Graham, du folgen deinem Herzen bis aufhören zu schlagen. Der steckt da jetzt für alle Zeiten fest, vermute ich mal. Jetzt, wo so viele Leute zurück sind, wollen sie sich alle an Orten wie Foundation niederlassen. Ja, die Heilmittel werden immer ganz gerne genommen für fünf Kronenkorken. So, da geht's weiter zum Camden Park, wenn mich nicht alles täuscht und... Nein, dieses verbrannte Gebiet eher. Und hier müsste es nach Charleston gehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da wird wohl der Surfer wegen Graham wieder neu gestartet werden müssen, damit er da rauskommt. Oder wenn wir das Gebiet verlassen, dann kommt er da vielleicht raus, aber irgendwie finde ich das schon sehr merkwürdig, dass so etwas passiert. Ja, da weiß man nie. Manche machen, was sie wollen, obwohl... Wer bist denn du? Heck da, Grünschnabel. Du hattest noch nie einen Hammer in der Hand. Wir brauchen dich nicht. Ich? Soll das intelligent sein? Ich hab dir sofort angesehen, dass du ein Hitzkopf bist. Ich? Ja, tut mir leid. Stärke 12 bräuchten wir. Tut mir leid, wenn ich dich gedrängt habe. Ich gebe mein Bestes, um unsere Initiative zu unterstützen. Weißt du was? Du hast recht. Meine unbedeutenden Gefühle sollten dem nicht im Wege stehen, was wir vorhaben. Hier. Für dich. Schön, dass das beigelegt ist. Oh, das ist so dumm. Das ist so... Und wie willst du Foundation helfen? Leiste entweder deinen Anteil oder zieh Leine. Schön, dass das beigelegt ist. Oh, das ist so peinlich. Das ist so peinlich. Tut mir leid, aber ich finde das so peinlich teilweise. Manche Sachen sind ja... Oh, gut und... Oh, das ist ja cool, aber... Dann passiert sowas. Das ist total sinnfrei jetzt, oder? Wir haben total ein Camp und sowas gebaut. Ach, mit Graham. Ja, das sollte doch eigentlich... Sowas sollte doch eigentlich nicht passieren. Oh, die Großmengen Gummi gehen auch weg. Mmh. Stahlschrott auch. 19 Kronenkorken nehmen wir dafür. Ja, und dann müssen wir Steuern zahlen. Stahlschrott haben wir sogar noch ein bisschen was. M-K-0. Ach so. Aber Stufe 50. Ja, äh, mit Graham. Ja, wenn ich mir das so überlege. Hat der denn eine zufällige Route? Ja, man weiß nicht, wie das programmiert ist, oder? Aber da hätte ich doch eigentlich vermutet, dass man dem vielleicht so ein paar Routen erstellt hat, mit Wegpunkten, die abläufen können. Und da müsste doch sowas aufgefallen sein, dass er da nicht reinläuft in sowas. Ja, aber vielleicht hat er da irgendeinen Ghoul gejagt oder so und ist dann da reingeraten. Also die Wegpunkte hätte man doch kontrollieren können einmal, ob da irgendwo sowas passieren kann. Eigentlich, wir konnten ja auch durch diese... ein Cola-Flasche gehen, also war doch da die Hitbox an der Stelle irgendwie gar nicht da. Hätten sie lieber Unity nehmen sollen als Engine. Ja, da schwört jemand auf Unity. Ja. Auf jeden Fall. Nanu? Was das? Was? Kenn ich jetzt gar nicht. Tut mir nicht leid. Das ist doch Charleston, oder nicht? Aber... Daran kann ich mich nicht erinnern. Deponie in Charleston. Total gefährlich mit diesen Minen hier. Da wissen wir schon mal Bescheid. Das ist doch so. Lies die Notiz. Oh, als ich Watoga betrat, bot sich mir ein seltsamer und blutiger Anblick. Ich sollte herausfinden, wer oder was das angerichtet hat. Lies die Notiz. Watoga... Wie war denn das? Irgendeine Nachbarin wollte... Wollte irgendwas sehen. Irgendeinen Bahnhof wollte sie sehen. Watoga unter anderem. Und da bin ich eben mal mit ihr hingereist. Mehr aber nicht. Und da ist sofort dann sowas aufgegangen. Also, ihr habt da nichts verpasst. Ich bin dann einfach nur einmal hingereist. Sie war im Team, konnte kostenlos hinterherreisen und hat dann den Bahnhof, kann sie jetzt erkunden. Wir sollen aber hinten rein. Ja, das ist egal. Das ist ein und das gleiche Center hier. Nein, richtig geht hinten rein. Sonst geht nachher wieder irgendwas nicht. Hm. So. So fühlt sich das gut an. Dabei fehlt hier sogar noch eine Karte. Was habe ich jetzt rausgenommen? Du erleidest 15% weniger Schaden durch gegnerische Nahkampfangriffe. Oder Nahkampfkünstler. Deine Nahkampfwaffen wiegen 20% weniger und du kannst sie 10% schneller schwingen. Ja. Oder war das die Reiseapotheke, die wir rausgenommen haben? Haben wir zweimal sogar. Ich wollte den hier rausnehmen. Und da würde ich den hier reintun. Profi-Gewehrschützer. Oh, meinetwegen. Oh, und der weite Schuss. Keine Ahnung, warum wir den überhaupt auf drei haben. Der geht ja nun mal gar nicht mehr hier rein. Wo denn? Was? Was, was? Teddy. Vier Brillen hatte der. Und vier Taschenuhren. Und vier Taschenuhren. Ohne Pip-Boy an. Ohne Pip-Hom. Du hast phosphorus. Keitaas sogar. Okay. 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 You get this. Okay. 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 Oh, ich wusste nicht, dass du näher kommst. Warte. Ach, jetzt kann man wieder die Waffe nicht wechseln. Das ist ein... Also das nervt. Nicht viel. Ja. Insekten und Käfer haben wir 46 erst gekillt. 76. Hm. 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 Okay, wir haben es gefunden. Das gucken wir uns in Ruhe in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.